Ich gehe nicht. Ich gehe nicht zurück. Wir haben gerne einen Anstand, eine Ordnung und eine Moral. Wenn du dann geschädigt bist, würde ich dich gerne heiraten. Markus! Nein! Markus! Halt mir, verdammt das hier! Das ist ja meine Kissen. Vom Bauch herab, jetzt fehlt mir nichts. Lass doch einfach mal die Frau in Ruhe! Nope! Das ist ja meine Kissen! Puh! Das ist ja meine Kissen! Vielen Dank.